Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alien Isolations. Tja, eine Sache vorweg, ich habe gestern schon eine Aufnahme hiervon gemacht und die hat leider nicht aufgenommen. Das heißt, im Endeffekt zwei Folgen sind im Arsch gewesen, ich wollte eine Doppelfolge aufnehmen, ja klar. Und es hat nicht so ganz geklappt. Deswegen habe ich nochmal zwei Kapitel zurückgesetzt, habe nochmal aufgespielt bis zu diesem Zeitpunkt hier. Da sind wir ja auch, glaube ich, beim letzten Mal stehen geblieben. Und ja, einfach nur damit ihr am Laufen bleibt, was so dazwischen so passiert ist und sowas, spiele ich das jetzt nochmal. Also ich weiß jetzt schon, für diese Folge zumindest, was jetzt passiert. Es ist zwar ein bisschen doof, aber dann wüsste wenigstens Bescheid. So, wir nehmen jetzt die Schlüsselkarte hiervon noch mit hier hin. Oh Gott, da habe ich mich gerade doch nochmal erschreckt, okay. Das war dann doch unvorhergesehen. Ja, ne, bevor wir da reingehen, ähm, nehmen wir uns doch noch, mach mir keine Angst, nehmen wir uns erstmal von hier draußen. Gott. So, immer wieder diese Scheiße da, die sich immer wieder öffnet. Genau, da kommen wir noch nicht rein, das kommt später. Wir gehen hier erstmal gerade rein, gucken uns diesen Lüftungsschacht hier an. Weil der so toll ist. Naja. Hier war nichts, okay. Psst. So, wir durchsuchen das da, das da, das da und können das nicht aufheben, weil das zu viel ist. Und basteln ein wenig rum, würde ich sagen. Und zwar Medikit. Medikit, Medikit, basteln. Und weil es so schön ist, machen wir gerade direkt noch eins. Man kann nie genug Medikits haben. Man glaubt das gar nicht. So, jetzt können wir es mitnehmen. So. Okay. Dann, ja, Speichern brauchen wir jetzt nicht nochmal. Wir gehen weiter hier rein. Schlüsselkarte. Möp. Ha. So, hier. Ja, waren wir hier wirklich ganz allein, das war die Frage. Ausweiskarte. Sonst, was konnten wir noch mitnehmen? Irgendwas konnten wir da noch mitnehmen? Enttäuscht mich nicht. Hier war doch noch mehr. Was war da hier noch? Oh, Rauchgranate. Schön. Okay, wir basteln uns unsere erste Rauchgranate. Chaka, chaka, chaka. Basteln. Wir sind der geborene Ingenieur, Leute. Wir nehmen ein paar Kombo. Nen, Demit. Sensor. Was haben wir noch? Bindemittel. Munition. Da gehen wir jetzt mal noch nett rein. Psst. Was haben wir denn noch hier? Oh, ah, oh, ah. Sieht ein bisschen tot aus. Oh, Gott. So, was haben wir denn noch? Äh, Komponente suchen. Sag mal, der hat gar nichts für uns. Warum? Ey, warum hast du nichts für uns? Rede. Ja, rede. Der sieht ein bisschen tot aus. Nur, just a little bit. Oh, das nehmen wir uns noch. Hm. Hör mal hier. Oh, Gott. Der Flugschreiber. Was? Was? Nein. Verdammt. Okay. Okay. Okay, wir befinden uns jetzt so ein ganz bisschen hier in einer brenzligen Situation. Das sollten wir nicht zu lange machen. Der Spaß wird sonst irgendwann langweilig. Und dann sollte man ganz schnell gucken, dass man weiterkommt. Idee, man einfach hier lustig Knöpfe drückt. Ha, komm. Egal, was sich jetzt hier unbefugt Zugang verschafft hat. Wir wollen es nicht kennenlernen. Glaubt mir, wir wollen es nicht kennenlernen. Oh, wir nehmen die Datenzelle. Wunderbar. Dem funktionierender Zugangsgenerator. Vielen Dank. Wir machen uns ab. Na, schauen, ob das klappt. So, hey, das Ganze wird jetzt auf eine ziemlich interessante Art und Weise gehackt. Ist fast schon so geil wie bei... Bioshock. Als man da die Türme und sowas alles hacken konnte. Wo die Flüssigkeit daher lief. Also, die haben ja auch schon ziemlich geile Spielchen da in der Richtung. So, was haben wir hier? Das hacken wir uns doch gerade auch mal. Ich meine, alles, was man mitnehmen kann, das nehmen wir mit. Komm. Dumm. Wo ist es? Wunderbar. Mach auf die Tür, die Tor macht weit. Money, 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 money. Na, verstecken wollen wir uns jetzt mal noch nicht. Wir nehmen Schrott mit. Noch eine Ausbeißkarte. Haben wir sonst noch irgendwas? Zurück an Marshal Weitz. Hier spricht Chief Porter von Tech Support. Weitz, da ist nichts auf dem Flugscheiber. Wir haben bei Skopi viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Utani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren. Oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Okay. Wir entfernen uns aus diesem Gebiet. Ja, Dankeschön. Und speichern. Sicher ist sicher. Ich wüsste nicht, warum man nicht speichern sollte. Auch wenn man weiß, was passiert. Deaktivieren die Sicherheitsabriegelung. Weil ein bisschen zu ist. Okay. Ein bisschen doof. Wir Maschinen hier gerade mal einfach rein. Wir wollen ja weiterkommen. Nöbi, 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 nöbi. Ha! Öffne dich. Was haben wir hier drin? Ich hoffe, kein Alien. So, wir gucken gerade mal auf den Terminal nach. Ich weiß nicht mehr, war hier irgendwas Sinnvolles. Blablabla. Ein bisschen Stilllegung. Ein bisschen Vorposten-Gedönse. Ein bisschen Audio nicht. Und auch kein Zubehör. Ja, nee. Dann ist... Dann ist uninteressant. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Schrott. Sowas haben wir immer ganz gerne. Ich meine... Schrott kann man immer gebrauchen. Abriegelung deaktivieren. Haben wir hier noch irgendwas? Sonst sieht es nicht so aus, als wäre hier noch etwas. Oh, doch da. Wow, ey. Da haben wir aber ordentlich was gekriegt. Mal ein bisschen deaktiviert, damit wir auch mal wieder weiterkommen. Okay, jetzt geht's los. Wir wollen uns nicht erwischen lassen. Glaubt's mir. Wir wollen uns nicht erwischen lassen. Aber es sieht schon echt cool aus. Das muss man ja mal sagen. Genau wie in den Filmen. Okay, es ist in den Lüftungsschichten verschwunden. Wir machen uns jetzt mal hier ein bisschen auf. Was haben wir hier? Da war nichts. Fuck. Ja, gut. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Macht. Komm. Okay. Da war mal ganz kurz, glaube ich, das Bild weg. Aber ich hoffe, es ist wieder da. So. Da unten war nichts. Fuck. Wir speichern ab. So. Jetzt kommt der spaßige Teil. Nachdem wir das Dingeling jetzt hoffentlich abgehängt haben und es in den Lüftungsschichten verschwunden ist, haben wir jetzt den Spaß, uns mit dem Dingelingen ein bisschen zu prügeln und das ist nicht schön. Fuck. Ich hasse diese Stelle, Leute. Ich hasse sie. Wir wollen uns echt nicht erwischen lassen. Wir merken, Kugeln haben überhaupt keine Wirkung. Und jetzt sind alle tot und das Monster will uns. Oh, fuck. Wir haben nicht Wandel. Geh weg! Geh! Geh! Gut, dass wir abgespeichert haben. Okay, wir merken uns. Wir wollen uns nicht treffen lassen. Gestern hat das alles so toll geklappt. Scheiße. Ich sehe es nicht. Ach, ich bin doof. Geh, ich bin doof. Okay. Gestern hat es beim ersten Versuch geklappt. Es hat gestern beim ersten Versuch geklappt. Beim ersten Versuch. Ich bin jetzt schon zweimal hier gestorben. Als ich eben sagte, das ist ein spaßiger Teil gewesen, da war das als Spaß gemeint. Ich wollte euch einen vorgaukeln und jetzt... Scheiße. Fuck. Das hat doch so geklappt. Ich bin doch einfach durchgerannt. Verdammt. Okay, okay, okay. Ich will das heute noch schaffen. Okay, okay. Wir ignorieren das Geschieße. Wir wissen das. Wir wissen, was da passiert. Wir aktivieren die Luftreinigung. Nur damit es nicht in die Schächte kann. Okay. Drück! Scheiße, war das knapp. So knapp war das? Oh man. Willkommen bei CXM Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Okay. Wir melden uns an der Rezeption an. Hallo, mein Name ist... All dein Geld! Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass CXM das technische Wettbewerb verliert. Naja. Nimm's ihm nicht groben. Das ist ein My Little Pony. So. Noch was? Da kommen wir nicht her. Okay. Wir plündern, was das Zeug hält. Nimm einen Schneider. Keine Emotionen. Keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert in Leben leben können. Chibis. Genial einfach. Einfach genial. Ich mag die Roboter ja. Der im ersten Teil von Helien, der war schon echt gut. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komm schon selber rein. Davon würde ich abraten. Ja gut, auf jeden Fall im ersten Teil, die waren schon echt toll, die Teile. Beziehungsweise da war es ja nur einer. Guckt euch die Filme an. Die waren super. Prometheus war auch gut, aber nicht so gut wie die Originalfilme. Beziehungsweise wie die richtige Filmreihe. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Schön. Und das ist das geilste überhaupt. Oh mein Gott. Gibt es ein Problem? Nein, nein. Nein, kein Problem. Kein Problem. Null Problems, wie man auch nennen würde. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen Radio einschalten. Ein bisschen Teile fliegen lassen. Okay, hier können wir nochmal was herstellen. Dann machen wir gerade nochmal eine Rauchgranate. Ach, davon haben wir nichts mehr. Ist das da? Ein bisschen Ladungspack. Ist das da? Jules, ich habe immer nur das Schloss an der Tür nach oben eingebracht, um Notfälle zu vermeiden. Werden wir herausfinden, was hier los ist. Geil. Ungültiger Pfad. Freigegeben. Das war doof. War doof. Ah, der Türzugriff. Ja, ja. Ihr glaubt wieder gar nicht, wie lange ich nach diesem Türzugriff da gesucht habe. Das glaubt man nicht. Obwohl, ich glaube, vielleicht könnt ihr es euch ja doch vorstellen. Vielleicht. Okay, wir stellen hier mal ein bisschen um, oder? War das wichtig, hier was umzustellen? Wir haben Luftreinigung und Beleuchtung aktiv. Wir können aber auch Lautsprechersystem. Ah, ist egal. Lass mal so. Lass mal so. Was wir jetzt machen müssen, wonach ich unglaublich lang wieder, wie gesagt, gesucht habe, das Zubehör für die Tür. Wunderbar. Die Türen sind offen. So, und die speichern wir dann auch mal direkt. Ah, ja. Weil wir es können. Ja, wir wollen überschreiben. Ähm. Okay, warte mal. Wir gucken grad nochmal unten nach. Ich glaub, ich hab was vergessen. Irgendwas war doch. Was war denn hier? Hier hat es sich doch noch eine Türe geöffnet. Die da? Ist es die da, die da, die da oder die da? Nee, die war nicht. Ah. Ah. Verdammt. Ich dachte, hier hat sich eine Tür geöffnet. Ah. Na gut. Wenn das nicht so ist, dann ist das halt nicht so. Gehen wir halt hier rein. Schade drum. Warum? Ich hätte es ja jetzt unglaublich gern gehabt. Die da, die da, die da oder die da. Scheiße. Es geht mir das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Okay. Hier wollen wir mal ein bisschen rein. Komm. Zack. Mal öffnen, bitte. War hier was? Nein. Obwohl. Doch. Da. Was ist da? Geräuschmacher. Ah. Geräuschmacher. Schön. Wir mögen Geräuschmacher. Schön. Geräuschmacher sind eine echt tolle Sache. Glaubt mir gar nicht. Konnten wir jetzt noch einen machen? Nee, der da unten ging nicht. Ich dachte, den hätten wir gerade eingesammelt. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Warte mal hier. Nichts. Okay, wir öffnen. Okay. Äh, hier unten. Ah ja, hier sind wir hergekommen. Ja ja. Das ist auch zum Verstecken. Hier kam noch mal was. Genau. Geiles Zeug. Zack. Hier hinten das nehmen wir auch noch. Bitte, bitte mehr. Bitte, bitte mehr als das letzte Mal. Ah ja, das ist... Oh, wir haben sogar jetzt Schrott voll. So. Geräuschmacher. Kann mir das noch aufheben. Ja. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Ja. Den kenn ich. Lass mich rein. Aufmachen, Polizei. Bam. Ja, okay. Ah ja, 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 ja. Boop. Verdammt. Boop. Ach so. Ah ja, ja, ja. Tchaka. 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 Tch. Sesam öffne dich. Wunderbar. Mal hier noch. Taschenlammenbatterien. Bisschen. Bisschen gedönse. Was haben wir hier? Nichts wichtiges. Dann kletter mal rein. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, na, suchen wir keine feindschaftlichen Lösung. Freundschaftlich. Oh mein Gott. Freundschaft ist Magie, Mann. Was machst du denn? Ach. Na. Na gut. Wir gehen weiter. Ich glaube, wir sollten uns jetzt ein bisschen in Acht nehmen von diesen Roboterdingern. Weil die mögen uns nicht mehr. Super. Unentdeckt zu werden. Die Kamera ist natürlich jetzt ganz doof da. Deswegen schalten wir die ein bisschen aus. Und schleichen uns natürlich ganz genau da rein. Wo wir nicht reingehen sollten, weil da böse Leute drin sind. Okay. Es ist Dida, Dida, Dida oder Dida. Okay. Nur Fehler gedöhnt. Freigaben. Zubehör. Fuck. Stimmt ja. Hier war es nicht. Okay. Okay. Komm. Erst du auf. Ferre. Tira, tira, tira. Auch da tira. Wir rufen den Aufzug. Ja, es tut mir leid, ich habe das Bedürfnis, jedes Mal, seit letztem Mal, mich zu verstecken, wenn ich irgendwie auf den Aufzug warte. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, aber es war irgendwas da, das habt ihr ja alle gesehen. Und wir wollen es aber nicht provozieren. Boah, schön. Es hat auch geklappt. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760, rufen Sie Wassenpool Verkehrsüberwachung, bitte kommen, over. Die Interiante von Captain Torrance, wir befördern vertraglich drei Passagiere den Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit in Oslo, bitte verrufen, nicht erlauben, in den Passagier verantworten zu pressen, nicht an, over. So, jetzt wird erstmal gespeichert hier. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, denn jetzt haben wir das aufgeholt, weil was gestern in der Aufnahme weggeblieben ist. So, bis dann. Tschüss. Whoetfeier Full Mercedes 1 4 6 9